Herzlich Willkommen zu Fair Sprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Mein Name ist Juri und ich habe in jeder Folge einen Gast am Start, der eine interessante Geschichte zu erzählen hat, verrät, was sie oder ihn inspiriert und natürlich über die persönliche Haltung zum Thema Fairness spricht. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, Fair Sprochen gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen, lasst uns gerne ein Abo da. Viele Grüße aus Köln und viel Spaß. Herzlich Willkommen zur zweiten Staffel, sechste Folge von Fair Sprochen. Schön, dass ihr am Start seid. Macht es euch gemütlich, packt ein paar Snacks aus. Ich habe gehört, unsere Gästin hat auch noch nicht gegessen, könnt ihr also gerne machen. Sie ist Unternehmerin, CEO, Journalistin, Produzentin, Moderatorin, Podcasterin, Filmemacherin und ich habe keine Ahnung, was vielleicht noch und ist 1984, wenn ich jetzt nicht unglaublich beschissen, Recherche gemacht habe, in der Türkei geboren, mit sieben nach Deutschland gekommen, hat Medienwirtschaft studiert, ich glaube auch in Köln. 2019 gründet sie die Produktionsfirma Kanakfilm, die sich als erste Black and People of Color Medienagentur Deutschland bezeichnet und ist Host des Podcasts Hart und Fair. Ich könnte jetzt wahrscheinlich den ganzen Podcast alleine über ihren Werdegang flexen, aber meinetwegen kann sie das auch selber machen. Schön, dass du da bist. Hallo, Jelda. Dankeschön, sehr schöne Vorstellung. Vielen, vielen Dank. Das freut mich doch. Guck mal, Jelda, wir machen am Anfang von jedem Podcast immer ein kleines Spiel, das heißt Stimmt oder Stimmt Nicht? Kenn ich, ich habe Angst davor. Ah, ach man, jetzt hast du mir schon die erste Frage weggenommen. Die erste wäre nämlich, Jelda Türkmann hat noch nie diesen Podcast gehört. Stimmt oder Stimmt Nicht? Nein, Stimmt Natürlich Nicht. Okay, na gut. Das werde ich dann gleich mal abfragen. Nein, Quatsch. Okay, ich lege los. Wir fangen ganz harmlos an. Ganz easy. Jelda Türkmann hat im November 2021 angefangen, Pamela Reif-Workouts zu machen, weil sie super ärgert sich ist und konsequent macht sie diese immer noch. Boah, stimmt nicht. Ich habe mir gestern nur vorgestellt, dann habe ich das, ich weiß nicht, ich glaube in eurer letzten Folge, hart und vergehört und musste so lachen, weil ich das letztens auch probiert habe. Ja? Pamela Reif, ja. Ja, hat mein Leben verändert. Machst du es immer noch? Nee, aber ich, also dieser einen Tag dachte ich, boah, ich bin Sporty Spice ab jetzt. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir ja im Dezember die Hand gebrochen, also den Finger gebrochen und nehme das als Ausrede dafür, dass ich es nicht mehr mache. Oh, das ist gut. Ich will es aber wieder anfangen, weil es super easy ist eigentlich, also so super easy zu integrieren. Das Workout an sich ist ganz schlimm, aber es sind nur irgendwie so 10 Minuten oder 20 Minuten. Ja, es ist eine kurze Sache. Na gut, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer das hier so hört. Jelda, wenn es dir so unangenehm ist, wir können es später auch noch cutten. Also wir fangen an mit stimmt oder stimmt nicht. Okay, stimmt oder stimmt nicht? Diversität in der Medienlandschaft ist wie Sex für pubertierende Jungen. Alle reden drüber, aber keiner macht es. Stimmt oder stimmt nicht? Das ist richtig gut, ja, stimmt. Stimmt schon, ne? Also es stimmt in Teilen. Natürlich machen es Leute schon. Ich würde aber sagen, dass viele es nicht machen wollen. Also bei den Jungs in der Pubertät, die wollen es ja wirklich. Ja, auf jeden Fall. Und die sagen ja eigentlich auch, dass sie es tun. Also vielleicht war mein Vergleich sogar ziemlich schlecht. Weil eigentlich müsste es sein, alle sagen, sie tun es, aber keiner tut es. Eigentlich müsste man es so sagen, ne? Es ist tatsächlich, also unsere Realität ist so, dass sie es machen. Ich aber manchmal das Gefühl habe, dass die Leute nicht wissen, warum sie es machen. Also weil sie entweder keinen Bezug haben zu Leuten, die, ich sage es mal so doof, divers sind oder weil sie kein intrinsische, also weil sie wirklich nicht selbst betroffen sind oder den Need dazu sehen. Also es ist so ein Programmpunkt. Ja, da kommen wir schon zum nächsten Stimmt oder Stimmt nicht. Und zwar, weil die großen Sender intern nicht divers genug sind, wird deine Produktionsfirma Kanakfilm engagiert. Ihr seid quasi die Greenkeeper der Diversität. Stimmt oder Stimmt nicht? Kanakwaschen. Ja, das stimmt. Schon, ne? Also das stimmt schon. Aber gut für dich eigentlich auch oder für euch. Ey, das war ein Glücksgriff, dass das jetzt... Ey, gut, dass die noch nicht so divers sind. So kann Jelda ihren Beruf ausüben. Das natürlich nicht, aber dass es jetzt plötzlich zum Trend wird, ist natürlich für uns ganz gut, ja. Ja, auf jeden Fall. Hast du das Gefühl, da ziehen jetzt quasi andere nach? Voll, also auch gleichzeitig, ne? Ich will das jetzt gar nicht so für mich claimen. Das war aber zum Zeitpunkt der Gründung war das schon so. Ich glaube auch, dass es jetzt immer noch keine Firma gibt, so wie unsere, aber es gibt Kollektive. Ich habe jetzt eben auf Instagram gesehen von einer Kollegin, Kamerakollegin, die eine Flinta-Produktion hatte. Also nur weiblich gelesene Menschen. Da bewegt sich super viel. Da müssen wir auf jeden Fall gleich später nochmal drauf eingehen, was ihr überhaupt macht, weil ich setze ja gerade ein bisschen voraus, dass jeder weiß, was ihr macht. Was natürlich sein kann. Vielleicht bist du viel größer, als ich das hier gerade einschätze, aber wir gehen gleich nochmal drüber. Wir kommen zu einem letzten Stimmt oder Stimmt nicht. Und der ist ein bisschen gewagt und vielleicht auch schwachsinnig, aber wir gucken mal. 2024 dreht Jelda Türkmann gemeinsam mit Erika Lust emanzipierte Erwachsenenfilme. Stimmt oder stimmt nicht? Es könnte sein. Also stimmt, warum nicht? Könnte schon sein, ne? Ja. Könnte sein, je nachdem, worauf ich da Bock habe. Ich finde Pornos gerade nicht so spannend. Ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen, es interessiert mich gerade nicht so sehr, das Thema Pornos. Ja. Aber es kann sein, dass sich das irgendwie so entwickelt, dass man Bock drauf hat. Das ist interessant, weil ich habe mir so verschiedene Stimmt oder Stimmt nichts aufgeschrieben und bei denen musste ich selber so ein bisschen lachen und habe dann aber im Lachen gemerkt, naja, vielleicht ist das gar nicht so absurd. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss mich jetzt outen. Ich bin so im Feminismus in bestimmten Dingen noch recht konservativ oder habe noch nicht mal eine Lösung dafür gefunden. Ja. Und das ist halt eben auch zum Beispiel bei mir selbst, wenn ich jetzt, ich mache manchmal zum Beispiel, ich habe manchmal so ein schönes Foto, wo man vielleicht, was vielleicht, sagen wir mal, im Bikini ist. Im Moment jetzt würde ich es nicht posten auf Instagram, weil ich mir denke, das zieht zu viel Aufmerksamkeit auf etwas, was ich nicht haben will. Und also ich versuche, an mir zu arbeiten und andere Leute dafür nicht zu judgen, weil das, glaube ich, bedeutet, also das ist ja eben Selbstbestimmung, dass jeder machen, jede Person machen darf, was sie möchte. Aber da bin ich noch nicht so weit, ob ich mich damit wohlfühlen würde, Pornos zu produzieren. Ja, also liebe Erika Lust, falls du in unserem Podcast hörst, Jelda ist noch nicht so weit. Erstmal nicht. Aber ich habe ja auch 2024 gesagt, also wer weiß, was passiert. Als ich mich auf dich vorbereitet habe, habe ich mir natürlich mehrere Sachen von dir angeguckt oder angehört, hart unfair, Five Souls, die Zusammenarbeit mit dem RBB und habe so in diesen Sachen den Zusammenhang gesucht. Und klar, thematisch ist ja super offensichtlich, also du beschäftigst dich mit bestimmten Sachen und ich habe auch gedacht, da muss schon irgendwie auch eine krasse Getriebenheit hinter stecken oder ein Ehrgeiz, sage ich mal, dass man so viel macht. Woher kommt das? Also hat das mit deiner eigenen Geschichte zu tun oder woher kommt das, dass du dich da so reinhängst und so viel machst? Also erstens, ich habe keine Hobbys, ernsthaft, also es ist, wenn dann so feiern oder so und das ist ja eher abends und am Wochenende. Und gerade halt auch nicht so, ne? Gerade nicht so sehr, genau. Also so ins Restaurant gehen, Bars oder sowas. Und meine Arbeit ist wirklich mein Hobby und ich will, seitdem ich 16 bin, wollte ich Filme machen. Also das war schon immer klar und seitdem arbeite ich darauf zu. Also ich würde mich schon, ja, als sehr ehrgeizig bezeichnen, aber auch gleichzeitig extrem faul. Also es kostet mich sehr, sehr viel Kraft. Bist du nur gut in Sachen, auf die du Bock hast? Ja. Ja, okay, weil es gibt ja Menschen, die können einfach Sachen machen, weil sie denken, die müssen jetzt gemacht werden. Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, nee, nee. Ich bin zum Beispiel super chaotisch. Also ich hasse so Hausarbeit. Da gibt es auch hier immer Konflikte zu Hause. Also alles, was mir keinen Spaß macht, mache ich nicht gern. So Steuern und so ein Kram. Wobei das jetzt schon so langsam, wo ich merke, als ich so viel Geld gezahlt habe jetzt dafür, merke ich, dass es ganz gut ist, daran Spaß zu haben. Ja, Geld zahlen ist ein ganz guter Lehrer, ne? Ja. Also das ist bei mir auch so, das ist das Einzige, was bei mir geht. Also man könnte mit mir viele pädagogische Sachen ausprobieren, aber sobald man sagt, ja Juri, du musst halt jetzt 10.000 Euro zahlen, dann hätte ich es verstanden. Also da haben wir so, ah, okay. Aber hast du das Gefühl, dass deine, also oder inwiefern fließt, sag ich mal, deine eigene Geschichte, deine eigene Migrationsgeschichte oder was du halt so erlebst mit ein in deine Arbeit oder in dein Hobby? Ja, genau, das ist eigentlich meine Leidenschaft, super viel. Also klar, wenn ich Erika Lust hieße, würde ich vielleicht was anderes machen. Wahrscheinlich auch Bewegtbild oder Filme, aber eben andere Geschichten erzählen und andere Leute vor die Kamera holen. Es hat sehr viel mit mir zu tun, mit meinen Erlebnissen, die Firma zu gründen, habe ich gemacht, weil ich selbst viel Alltagsrassismus erfahren habe und alle möglichen Ismen und einfach einen Arbeitsort schaffen wollte, wo wir möglichst wenig davon haben. Wir sind natürlich auch nicht davon befreit und wir bilden auch nicht alle Menschen ab, aber einen Raum, ein Safe Space, wo man sich wohl fühlt, das ist also für die Firma schon mal so. Und bei den Geschichten tatsächlich, also das, was wir so erzählen vor der Kamera, da würde ich sagen, fließt das eher weniger ein. Also da bin ich, glaube ich, genauso Mitglied der Gesellschaft, so wie du es auch bist oder Erika es auch ist. Ja, und vielleicht müssen wir da mal kurz drauf eingehen auf Kanak Film. Was genau macht ihr für die, die jetzt gar keine Ahnung haben davon? Also wir machen im Grunde Content für verschiedene Marken und Sender. Ja, also wir haben YouTube-Talkshows gemacht. Wir haben jetzt eine ganz kleine Mini-Spielshow für YouTube, auch für Netflix gemacht. Content, Geschichten erzählen für YouTube, Instagram, TikTok. Ja, ich habe nämlich, ich glaube, da ist schon ein bisschen was her auf Instagram. Da habt ihr einen Cutter mit, ich glaube, POC-Hintergrund gesucht. Ja. Und ich fand das lustig, also, oder was heißt lustig, ich fand es cool, aber ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil es so ungewöhnlich ist. Weil normalerweise habe ich persönlich, wenn ich jetzt irgendwo lese, ja, hier wird ein Job vergeben. Okay, so steht es nie drin, aber du weißt, was ich meine. Habe ich eher das Gefühl, oh, jetzt mit einer Migrationsgeschichte sich bewerben könnte tendenziell eher schwierig werden. Und plötzlich sehe ich halt auf Instagram-Post, ja, bitte, bitte, wir brauchen POCs. Was für Skills braucht man, um jetzt bei Kanak-Film einen Job zu finden? Also erstens mal glaube ich, dass das überhaupt nicht so legal ist, was wir da gemacht haben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Lustiges Einstellungsmerkmal nämlich. Ich glaube, dass da nicht genau so drin stand, Juri, dass wir ein Post-Hintergrund haben. Ja, gut, das habe ich jetzt überspitzt eventuell. Bevorzugt wahrscheinlich. Achso, ja. Oder nee, noch nicht mal das. Das hast du gern gesehen. Ja, viel besser, Jelda, viel besser. Das macht es bestimmt legal. Ich rede nicht um Kopf und Kranke. Nee, die sollen die gleichen Skills haben wie alle anderen auch. Also genau die gleichen Skills. Wir versuchen das aber jetzt durchzuziehen mit dem Namen. Also wir versuchen, die Leute, die maßgeblich an der Geschichte beteiligt sind, zumindest für bestimmte Formate, das muss ich auch noch dazu sagen, also bei Five Souls ist das so, haben wir das versucht. Da haben wir zum Beispiel keinen WIPOC-Cutter in, aber da haben wir... Aber ihr sucht ja auch noch, habe ich gelesen. Wir suchen auch noch, genau. Gerade suchen wir nicht, aber ja klar, wir suchen möglichst Leute, die eine Migrationsgeschichte haben. Ihr habt bei Kanekfilm viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Inwiefern verändert das die Arbeit beziehungsweise das Ergebnis vielleicht der Arbeit? Es gibt manche Themen, die brauchen Sensibilität. Und das sind so ganz feine Sachen. Ich kann hier gerade gar kein Beispiel nennen, aber es ist so die Formulierung von etwas zum Beispiel. Welche Wörter man benutzt. Man braucht sie wahrscheinlich nicht in jeder Position, aber es ist schön, mal mit Menschen zu arbeiten, die sonst in der Unterzahl sind. Ja, verstehe. Also wir merken das zum Beispiel bei Five Souls am Set, wenn da hauptsächlich BIPOC sind oder bei bestimmten GästInnen auch hauptsächlich schwarze Menschen am Set sind, dann spiegeln uns die Kolleginnen, natürlich die drei Hosts und auch die anderen schwarzen Kolleginnen, die wir am Set haben, wie toll sie das finden, endlich mal in einem Raum zu sein, wo es so viele schwarze Frauen oder so viele schwarze Menschen gibt. Weil sie das sonst so nicht erleben. Ja, wahrscheinlich besonders nicht auch vor der Kamera. Also ich finde, ich habe das selber mal, ich war selbst mal hier zu Gast bei einer anderen Moderatorin, bei der Bianca Hauder. Und die hat das ganz gut mal auf den Punkt gebracht. Und zwar hat die, wie hat die das verglichen? Ich glaube mit der Hohestraße, also Hohestraße Köln, die ist so super bunt. Also das ist wirklich die Vielfalt der Stadt, siehst du da. Und wenn du dann aber, keine Ahnung, Fernseher einschaltest, siehst du das nicht. Also das heißt, es spiegelt es nicht. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht ein, ja, ein feindes Gefühl ist vielleicht so. Das sowieso, genau. Das ist so, politisch ist es so. Und es ist halt auch leider so, dass man oft Alltagsrassismus erlebt. Und dass Dinge gesagt werden, Wörter benutzt werden, wie oft ich das N-Wort von weißen Leuten gehört habe. Ja. Und da kann ich schon verstehen, ich will jetzt nicht für schwarze Menschen sprechen, aber ich kann schon verstehen, dass man dann die zwei Stunden, wo man das nicht hört, vielleicht auch ganz cool findet. Ja, absolut. Und das heißt aber nicht, dass das nur so ist, wenn nicht weiße Leute dabei sind. Ich will gar nicht so ausschließend sein, aber es gibt in bestimmten Räumen manchmal eine Sensibilität dafür, wie man sich ausdrücken kann und wie nicht. Und ja. Gibt es Feedback aus der Branche? Es gibt Feedback von Kunden, die wollen mit uns zusammenarbeiten, weil sie auch den Need sehen, genau wie du es eben gesagt hast. Sie sind selber in einer, sagen wir mal, weißen Redaktion oder einer nicht so diversen Redaktion und wollen ein Thema machen, wo es um Queerness geht oder um Migrationsgeschichte, dann fragen sie uns. Ja. Wie siehst du das, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter weg guckt? Man sagt ja immer, Deutschland hinkt in vielen Sachen hinterher. Wenn man mal so ein bisschen ins Ausland guckt, nehmen wir mal den Peak, nehmen wir Hollywood einfach. Wie siehst du da die Vergleiche? Wie weit ist Deutschland da, was die Medienlandschaft und Diversität angeht? Weil zum Beispiel, ich habe das Gefühl, Hollywood kriegt einen sehr schwulen Touch. Also es gibt zum Glück inzwischen immer mehr Leute aus der Homosexuellszene, die quasi Film machen. Und das kriege ich noch in Deutschland noch nicht so ab. Also ich sehe es leider mehr so, es gibt halt so ein paar Trash-Formate leider, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, weiß nicht, ob das in eine coole Richtung geht. Wie empfindest du das? Also wenn ich jetzt so auf Netflix schaue, habe ich schon das Gefühl, dass diese queere Szene ist gut vertreten. Kann natürlich auch sein, dass es der Algorithmus ist, den ich zugespielt bekomme, weil ich mir eben diese Inhalte anschaue. Aber ja, du hast recht, ich glaube auch, dass die queere Szene immer mehr kommt und auch immer mehr MacherInnen dabei sind. Ich glaube schon, dass wir ziemlich hinterher sind. Also man muss sich deutsches Fernsehen anschauen. Es ist immer noch so, dass einfach die meisten Leute nicht die Realität auf der hohen Straße abbilden. Das glaube ich auch, was voll schade ist. Also weil es gibt, wenn man zum Beispiel jetzt nach Hollywood guckt, super geile Filme aus der Black-Community, die echt krass sind. Und die, wo ich auch gelesen habe, dass die zum Beispiel auch bei der weißen Community super gut ankommen. Und ich frage mich, was muss hier getan werden, um das in Deutschland vielleicht auch so zu leben? Du hast es eben auch gesagt, es müssen Menschen in der Hierarchie auch Migrationsgeschichte haben oder Queer sein oder Einwanderer sein, Kroaten, Jugoslawen, was auch immer. Dann gibt es so Sensibilität dafür oder behinderte Menschen sein, weil sonst funktioniert das nicht. Sonst ist das, also es funktioniert schon, aber es ist wirklich nicht authentisch. Man erlebt es ja immer wieder. Also gibt es ja die berühmtesten Beispiele auch aus Köln mit der letzten Instanz. Das passiert ja, weil Leute einfach nicht darüber nachdenken, dass das verletzend sein könnte. Ah, jetzt hast du die letzte Instanz genannt. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass du das vielleicht nicht gesehen hast. Weil ich hatte, es gab ein zweites Spiel, aber das spielen wir heute nicht. Ich teaser das einfach nur mal so an. Ja, und zwar wollte ich statt Stimmt nicht, Stimmt oder Stimmt nicht, ein Zitate-Spiel spielen. Und zwar Zitate, die du am liebsten hören würdest oder Zitate, die du gar nicht hören möchtest. Oh Gott. Und da war die letzte Instanz, letzte Distanz, eigentlich auch geil, die letzte Instanz war ein Zitat, stell dich nicht zu Anjelda. Aber ich wollte hier meinen Job nicht verlieren, weißt du, deswegen habe ich das Spiel nicht gespielt. Du willst ja auch dafür sorgen, dass Diversität stattfindet, da kann ich jetzt nicht den Job hier verlieren, das geht nicht. Ja, ja, verstehe. Deswegen spielen wir es nicht. Aber zwei Dinge auf das, was wir gerade besprochen haben. Ich habe das Gefühl, Sprache und Humor sind schon zwei Dinge, die viele Menschen mit Rassismus verbinden. Und da fällt mir so dieser Migrationshumor, der so Anfang der 2000er aufgekommen ist, so rund um Kaya Jana bis dann später hin zu Rebel Comedy. Kannst du darüber lachen oder denkst du da eher so, oh nee? Bei Rebel Comedy schon eher, weil ich das verstehe, dass die aus sich heraus irgendwie diese Witze machen. Aber auch da gibt es Problematisches, weil es, glaube ich, alles Jungs sind. Ja, das ist halt echt auffällig, ne? Das ist eher so ein Jungshumor, aber ich finde die irgendwie alle sympathisch, mag die, ich finde die süß irgendwie. Kaya Jana kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Ja. Das ist halt genau das, was, glaube ich, so Menschen sehen wollen, wie ein Türke oder ein Halbtürke und ein Halbaraber sich benimmt. Das liefert er denen auch und das ist, glaube ich, ein Verbrechen an uns allen, was der da gemacht hat. Ich finde es auch krass. Ich weiß noch, dass in der Schule dann immer so dieser indische, vermeintlich indische Akzent nachgemacht wurde und ich da so am Anfang, weil ich irgendwie nicht genug Eier hatte oder so oder nicht mutig genug war, so immer noch so mitgelacht habe. Aber jetzt im Nachhinein war das voll unfair, also war das voll uncool eigentlich. Ja, und das wird immer noch gemacht, ne? Also ich habe das erst gestern bei jemandem auf Instagram erlebt. Ich habe es der Person gesagt. Ich habe auch keinen Bock, immer so die Rassismuspolizei zu sein, ne? Aber ich bin mittlerweile jetzt schon so tief drin, dass ich echt schwer, also nicht nur, weil ich das machen soll, weil Leute das von mir erwarten, sondern weil ich wirklich das mir nicht anschauen will, habe ich was dazu gesagt und die Person hat es nicht angenommen und dann ist es auch gut, aber, also es ist natürlich nicht gut, aber ich musste was dazu sagen. Dann habe ich wieder gemerkt, die Leute checken es einfach nicht. Es ist immer noch, klar, weit verbreitet überall. Deswegen ist es gut, wenn wir alle was sagen. Ja, ich finde das voll schwierig bei so Humorgeschichten, ne? Weil, ja, weil ich glaube, dass viele vermeintlich weiße Menschen, vielleicht ist das so der erste und einzige Bezug zum Thema Rassismus und ich habe halt manchmal das Gefühl, ja, es ist sehr witzig, aber in dem Fall ist, ja, Humor, also es wird ja über etwas lustig gemacht und bei Kaya Yana weiß ich zum Beispiel, dass er es auch zurückgenommen hat, also dass er sagt, findet er inzwischen selber furchtbar. Ja, und ich kann den auch noch nicht mal so sehr dafür blamen, weil er ja selber irgendwie Kenneck ist, ne? Ja, er volle Kanne auch, ja. Und die Person, von der ich gesprochen habe, war übrigens nicht weiß, von der ich eben gesprochen habe. Es gibt ja auch so Diskriminierung oder sowas gibt es ja auch in migrantischen Gruppen. Bei Humor finde ich es auch voll schwierig zu sagen, das darf man und das darf man nicht, weil ich finde, dass das halt eben Kunst, dass vieles unter Kunstfreiheit fällt, natürlich nicht ganz harte Witze, die ich jetzt auch nicht reproduzieren will, aber ich bin mir da auch nicht so sicher, wie andere Kollegen, Kolleginnen, die sagen, ne, man darf zum Beispiel keine rassistischen Witze machen. Ja, ich finde das auch sehr schwierig. Ja, aber weißt du, was mein gutes Beispiel ist, ist der Karneval, der Kölner Karneval, ne? Oha. Zu dem du ja auch einen Bezug hast. Durchaus. Der kommt ja daher, dass man sich gegen die Obrigkeit, ähm, dass man gegen die Obrigkeit rebelliert hat, richtig? Ja, durchaus. Also, dass man einmal im Jahr die Möglichkeit hatte, sich darüber lustig zu machen und nach oben getreten hat. Ja, richtig. Und, äh, das ist zumindest der Humor, den ich, wenn es irgendwie um oben und unten geht, den ich vertrete, weil ich glaube, nach unten treten, das können wir alle, ähm, so Systemkritik, äh, und jetzt ist der Karneval ja auch nicht super politisch und super intellektuell immer, ähm, Systemkritik können wir alle machen und das würde sogar, ähm, es kann sogar lustig sein. Ja, das, ich glaube das auch, ähm, ähm, ich glaube, es ist immer hart davon abhängig, vielleicht wer was sagt, ne? Also es, ähm, ich hab, weiß nicht mehr genau, aus welcher Talkshow das ist, aber da hat jemand gesagt, das Beispiel wurde genommen, ähm, wenn Jens Lehmann etwas Rassistisches sagt, dann muss das anders gehandhabt werden, zum Beispiel, als ein Intellektueller, der es besser wissen müsste. Boah, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, verstehe. Und deswegen ist halt auch so nach unten treten, ist halt, kannst du nicht machen, wenn du oben stehst. Also das ist halt, das, das geht halt nicht und das ist, äh, auf den Karneval bezogen zum Beispiel, das wird halt nicht mehr so gelebt, ne? Also, das muss ich leider, äh, die Fahne muss ich dem Karneval jetzt hier zücken, die wird nicht, oder sehr im seltensten Falle geschwenkt. Es ist und bleibt, ähm, ja, schon eigentlich eher die Obrigkeit, die feiert, sag ich mal. Ja, ja, aber leider, ne, weil es früher wirklich anders gemeint war. Ja, voll. Hast du noch Bezug zu Köln? Also bist du noch ab und zu hier oder bist du jetzt Vollberlinerin? Ich bin Vollberlinerin, muss ich leider sagen. Ich vermisse meine Menschen dort und ich vermisse auch die Kölner Freundlichkeit. Und was ich auch vermisse, ist, dass die Kölner über sich selbst lachen können. Das kann hier wirklich niemand. Die sind so hart damit beschäftigt, cool zu sein. Ähm, dabei habe ich immer gedacht, dass die Kölner spießig sind, aber ich finde diese Spießigkeit der Zugezogenen hier in Berlin, ähm, das übertrifft das, also maßlos, äh, finde ich. Diese erzwungene Coolness, dass man nie aus der, so das Gesicht verlieren darf, weil man immer, ähm, irgendwie cool sein muss, das finde ich ganz furchtbar. Aber der Rest ist, finde ich, schon attraktiver. Also die Größe der Stadt, die Möglichkeiten, die man hat, das finde ich schon, finde ich schon gut. Aber Köln ist meine Heimat, also. Ja, ich glaube, das kriegt man vielleicht auch nicht so ganz raus. Jetzt hast du es dir gesagt, das war wichtig, weißt du. Ja, klar. Das hat mir Kongster hier hingeschrieben, ich musste das fragen, es tut mir sehr leid. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich liebe Köln. Ja, ich liebe Köln auch. Ich liebe Köln tatsächlich, ähm, die meisten Sachen auf jeden Fall. Wir haben, äh, waren eben noch kurz so bei Wording, ähm, da wollte ich, äh, noch drauf eingehen. Und zwar, inwiefern kriegst du das, ähm, privat hin umzusetzen, das, was du quasi nach außen probierst zu transportieren, ne, also dass es Sprache wichtig ist. Sagen wir einfach mal so, du sagst in Format, Sprache ist wichtig und Sprache verändert. Inwiefern kriegst du das privat hin? Ich kriege das zu 90 Prozent hin, aber zu 10 Prozent, oder zu 80 Prozent hin. Ja. Was sind das für Momente, wo man das dann nicht hinkriegt? Also wo... Es sind Momente, wo ich selbst rassistische Dinge sage. Mhm. Oder sexistisch bin. Oder klassistisch. So, ich hab, wenn ja kaum, ja, also meine Mutter hatte zwar kein Geld, aber der Rest der Familie, denen geht's ganz gut. Wir sind alle Akademiker, oder fast alle. Ähm, das ist auch etwas, was man in sich hat, ne? Also, so ein Snobismus, den ich auch nicht immer ablegen kann. Ähm, ähm, also mir ist da schon bewusst, dass ich, ähm, auch Dinge sage, die, die Freistung, das ist echt schwer. Ja. Also ich verstehe das, wenn Leute sagen, das ist schwer, ähm, bestimmte Sachen, oder bestimmte Witze nicht mehr zu machen. So, ich verstehe das schon. Ah, das, das ist interessant, weil ich, ähm, weiß nicht, ähm, in welcher Bubble du dich da dann so generell bewegst, aber ich kriege das schon, weil ich eben im Karneuval aktiv bin, schon häufig auch zu sagen, dieses, ja, was darf man denn jetzt noch sagen und was nicht? Also, und ich finde das schwierig, weil ich da keine Antwort drauf hab. Also ich kann der Person dann nicht wirklich sagen, ja, das sagt man, das nicht. Aber wenn jemand was sagt, kann ich ziemlich klar sagen, boah, das war gemein. Oder das fand ich cool. Das Problem ist auch, du, du willst ja vielleicht auch gar nicht jetzt derjenige sein, der, da, dem, dem Julian erzählt, was der Sagen da saft und was nicht. Ähm, eigentlich sollte Julian sich da selber mal Gedanken drüber machen und du bist ja auch in dem, du bist ja selber Karnevalist und du willst ja auch irgendwie da Spaß haben und deinen Beruf ausüben und Musik machen. Ja, obwohl ich nehme mir das schon auch vor, da auch Teil einer Bewegung zu sein, die den Karneval verändert, ehrlich gesagt. Bist du auch alleine dadurch, dass du auf der Bühne bist. Also, da musst du, glaube ich, dem Jürgen nichts erzählen. Alleine durch deine, dein Aussehen, dadurch, dass du da bist, bist du eine politische Figur, ob du es willst oder nicht. Das sind wir alle, ne? Und ich finde es halt manchmal unfair, dass wir dann auch noch erklären müssen. Und es ist total fein, wenn man das mal nicht will. Aber fühlst du dich verstanden? Also so mit deinem, mit dem, was du da so machst? Hast du das Gefühl, das kommt an? Oder du hast, oder erreichst du, anders, erreichst du die Leute, die du erreichen willst, oder erreichst du die Leute, die eh schon sensibel für, für die Themen sind? Ja, zweiteres. Zweiteres, ja. Also, sag ich mal so, ich glaube, wir sind in so einem, Umschwung, in so einer Umschwungsphase, vordergründig erreichen wir die, die erreicht werden wollen. Ich kriege aber in meinem privaten Umfeld, schon mit, also ich habe zum Beispiel, ein Freund, der kommt aus Fillingen-Schwenning, das ist, der ist aus Baden-Württemberg, ne? Und der ist schon total weit, was viele Themen angeht, und wir tauschen uns aus, und er bringt mir Dinge bei, ich bringe ihm Dinge bei, aber da merke ich schon, dass er zum Beispiel sensibilisiert ist für bestimmte Dinge, die er nicht mehr sagt oder macht. Ja. Und sich auch dafür bedankt, dass das, oder froh ist, dass das so ist. Also diese Arbeit bringt schon was, so diese Dialoge mit privaten Menschen zu führen, zum Beispiel, das finde ich so, das ist so, wirst ihr dann auch merken wahrscheinlich, das ist das, wo ich direkte Veränderungen sehe. Im Internet ist es super schwer zu sagen, weil, ne, also, bis man auf so ein Video kommt zum Beispiel, muss man sich ja schon eigentlich dafür interessiert haben. Das ist so ein bisschen das Problem eigentlich. Ja. Aber wie erreicht man die Leute, die man eigentlich erreichen müsste, außer jetzt, klar, auf privaten Wege kann man irgendwie mit Menschen sprechen, aber wie erreicht man die im Internet quasi? Es muss, glaube ich, großzügig ausgerollt werden, also es reicht halt eben nicht, dass wir mit unseren kleinen Produktionen das machen, sondern es muss überall passieren. also es muss in allen großen Shows auch passieren, damit es ein Umdenken gibt. Ich habe auch noch eine Sache, die ist mir aufgefallen, und zwar, du hast auf Instagram, glaube ich, war das, so ein Foto oder Video gepostet, da trägst du so einen Rollkragenpulli und es riecht nach Hochkultur und du führst so ein, ich glaube, ein Interview mit Professor Dr. Groß über Karl Marx, ne, und ich musste da so ein bisschen lachen, weil ich habe, irgendwie eine Stunde vorher bin ich laufen gegangen und habe mir den Podcast hart unfair angehört und da ging es um, ich glaube, verschiedene Tampons und dass du dich mal schwer verletzt hast oder dir einen Pilz geholt hast beim Rausholen und da dachte ich so, wow, die macht einen krassen Spagat in der Öffentlichkeit, ne, weil beides kann ich Otto einsehen, der, ich habe noch nicht mal tief recherchiert, weißt du, ich habe einfach nur, ich habe deinen Namen eingetippt und diese beiden Sachen sind aufeinander gekracht, ne, so einmal Rollkragenpulli, so Journalisten-Swag über Karl Marx plaudern und halt das und ich frage mich so, bin ich der Erste, der jetzt sowas sagt und die das so, also dich fragt, ist das beides Gelder, welche Gelder ist es, kriegst du das gut unter einen Hut, fühlt sich das komisch an? Ich kriege das super unter einen Hut, ich habe da gar kein Problem mit, weil ich bin ja ich, ich glaube, ich würde niemals Tagesschausprecherin werden oder Politikerin, wahrscheinlich, habe ich auch nicht vor oder halt irgendwie so ein ganz offizielles Amt, aber, also natürlich ist es mir auch unangenehm, wenn Leute so hart unfair Sachen zitieren, weil wir ja wirklich davon ausgegangen sind, dass uns kaum jemand hört am Anfang, also hat ja auch... Das ist so mal schlecht, wenn man davon ausgeht, das darfst du nicht. Ey, wir haben da Sachen gesagt, Juri, das kannst du dir nicht vorstellen, also ich würde mir auch wünschen, dass die ersten Folgen, man sich die nicht anhört, vielleicht müssen wir auch nochmal drüber gehen und ein paar Sachen rausholen. Also ganz kurz, ich muss einmal einhaken, ich fand das überhaupt nicht schlimm oder unangenehm, das war jetzt ein bisschen gemein auch gegenübergestellt, so wollte ich es gar nicht sagen, es sind einfach sehr unterschiedliche journalistische Herangehensweisen, hätte ich jetzt mal so gesagt. Diese Tampon Nummer, ich kann mich erinnern, das ist dieser schnurlose Tampon, der wirklich schwierig ist für Frauen, also zumindest für mich war das so. Nee, ich finde, das ist überhaupt, das beißt sich überhaupt nicht. Und also, solange ich nichts sage, was irgendwie super verletzend ist, das ist eher das, was mich stören würde. Weißt du, wenn ich auf der einen Seite so irgendwie über Rassismus rede und den anprangere oder über Sexismus oder keine Ahnung was und dann rumlaufe und die ganze Zeit Menschen beschimpfe, das wäre etwas, was mich stören würde. Alles andere habe ich kein Problem mit. Ja, das hast du ja zum Glück nicht gemacht. Und ich bin ja auch Chefin meiner eigenen Firma, es wird schwer, mir ans Bein zu pissen. Ja, apropos Chefin, wärst du auch eine gute Nicht-Chefin? Also glaubst du, du wärst eine gute Mitarbeiterin? War ich doch, ich war doch 15 Jahre, 14 Jahre Mitarbeiterin. Könntest du das nochmal oder einmal Chef, immer Chef oder Chefin? Ich kann das gar nicht ausschließen. Ich glaube, ich könnte das vielleicht auch nochmal, ich habe es so lange gemacht. Mir ist das, glaube ich, gar nicht wichtig, das Angestelltenverhältnis oder das Anstellungsverhältnis, sondern eher die Gruppe, in der man, also die KollegInnen sind mir wichtig und die viel man zu entscheiden hat. Das war das, was mich so gestört hat, dass man oft in so einem Hamsterrad ist und in so einem Riesenkonstrukt einfach so wenig zu sagen hat. Das war so das, was mich gestört hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich irgendwann mal Pleite gehe mit meiner Firma, dann beim RBB anzufangen. Aber das ist Voraussetzung, du musst quasi Pleite gehen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Was sind denn die Ziele? Also was, bevor ihr jetzt Pleite geht, was sind die nächsten Steps für Kanakfilme? Erst mal ausbauen, was wir haben, also im Content-Bereich größer werden. Wir haben jetzt einen Entwicklungsauftrag für eine Reality-Show. Mal gucken, ob wir das auch schaffen, diese Entwicklungen dann in die Tat umzusetzen. Also wir backen ganz kleine Brötchen. Bei uns in dem Bereich ist ja so, dass alle paar Monate entschieden wird, ob es weitergeht oder nicht. Auch mit Five Souls ist ja alles unklar. Deshalb einfach gucken, dass die Aufträge reinkommen und dass wir sie gut machen. Das möchte ich einmal ganz kurz hier auch nach draußen empfehlen. Five Souls habe ich mir nämlich gestern angeguckt und ich wollte mich eigentlich noch weiter auf dich vorbereiten und da in dem Format ging es ja gar nicht um dich. Und ich bin aber da hängen geblieben. Also ich habe es mir dann wirklich komplett angeguckt und da möchte ich einfach kurz ein Kompliment aussprechen. Das sollte man sich mal anschauen und vielleicht auch gerade die, die vielleicht mit dem Thema sonst gar nichts am Hut haben. Das kann jeder gucken. Das fand ich gut. Also es war nicht so, jetzt muss man in dieser Aware-en-Bubble sein, um alles zu verstehen, sondern das kann man wirklich gucken. Bei Five Souls geht es ja um Beziehungsthemen und Sex und Liebe. Es sind halt eben drei schwarze Frauen, die davon erzählen. Ab und an kommt natürlich auch deren Perspektive dann durch, weil sie halt eben drei schwarze Frauen sind. Aber grundsätzlich geht es um Liebe und Beziehungen. Ich habe eben nach so, habe ja gefragt, was wären so weitere Ziele für Kanak-Filme. Du hast in einem Podcast gesagt, und da habe ich schlecht recherchiert, weil ich weiß nicht mehr, welcher es ist, man braucht immer mehr Zeit und mehr Geld. Ja, stimmt. Das hast du irgendwo mal gesagt und ich dachte, und das habe ich gefühlt. Ich dachte so, yes, das ist es. Sagen wir jetzt mal, du bekommst von mir, wie viel, warte ganz kurz, 237 Millionen, weil so viel hat Avatar bekommen. Oh mein Gott. Also du musst jetzt nicht Avatar 5 drehen, aber du kriegst die gleiche Summe wie Avatar, 237 Mille. Und du kannst damit machen, was du willst, aber es muss natürlich in einen Film einfließen. Kein Private Stuff. Was würdest du tun? Jetzt verrate ich eine Filmidee, aber ich würde, ich habe mal eine Frau getroffen, eine Lady, die eine Gangsterin ist, gewesen ist. Die hat eine Geschichte, die dermaßen wahnsinnig ist, dass man glaubt, dass man sie nicht glaubt. Aber ich habe sehr viel Zeit mit ihr verbracht und glaube sie ihr, weil sie sehr detailreich erzählt hat. Und ich würde einen richtigen Blockbuster produzieren mit ihrer Geschichte. Wie wäre die Besetzung? Hast du schon eine Besetzung im Kopf? Nee, sehr schwierig. Nee, habe ich noch nicht. Weil das finde ich immer spannend. Ich habe eigenartigerweise, wenn ich an Geschichten denke, immer schon Leute im Kopf. Wow. Oder würdest du dann selber Regie führen oder welche Rolle würdest du einnehmen bei sowas? Nee, nee, nee. Das habe ich früher auch immer gedacht. Ich habe, als ich 16 war, gedacht, ich möchte Regie führen, deswegen will ich Filme machen. Das ist zu viel Arbeit. Das macht, also das ist zu viel. Das ist wirklich das zu stressig. Die ganzen Leute, die wollen alle was von dir. Und du musst dann den ganzen Tag mit denen reden. Und ich wäre ja auch freundlich. Ich wäre nicht so wie die Regisseure, von denen man das kennt. Die rumschreien die ganze Zeit. Die rumschreien und so. Das kann ich halt einfach nicht. Und um freundlich zu sein, das ist echt anstrengend. Wenn ich so sein könnte, wie ich manchmal sein will, dann wäre es schlecht. Ja, weil du hast ja jetzt die 327. Wer bist denn du dann im Film? Ich wäre Showrunnerin. Also ich würde bestimmen, wer die Regie macht, wer der Cast ist, welche Klamotten sie tragen. Welche Automarke genutzt wird, welche Musik, was für Farben wir verwenden, wo es spielt, wer die Crew ist. Ja. Ey, wer weiß. Also wenn da draußen immer das 237 Millionen werden gebraucht, Jelda Türkmann will ihren Traum als Showrunnerin leben. Ein Gangster Film soll es werden. So schickt uns das. Wir können später vielleicht irgendwo auf der Kongster Instagram-Seite vielleicht noch so deine E-Bahn-Nummer oder so einblenden. Du hast ja ganz viel mit Fußballern zu tun. Mhm. Hier auch ein Podcast. Ja. Da sind auch bestimmt ein paar dabei. Fußballer? Ich glaube, in meiner Staffel, ich überlege. Ach so, doch. Ja, ich hatte einen Schiedsrichter und einen aus dem Management, den Herr Rettich. Das habe ich mir angehört. Aber ich weiß nicht, wie viel Geld, also ich weiß nicht, wir haben nicht so über deren Geld geredet, deswegen weiß ich es nicht so ganz genau, wie viele haben. Das hätte mich tatsächlich interessiert, schade eigentlich. Das wäre eine gute Frage gewesen, eine Einstiegsfrage. Stimmt oder stimmt nicht? Sie haben mehr als x Millionen auf dem Konto. Ja. Ah, verkackt. Ja, dann hätte ich direkt einsteigen können. Nee, aber es ist wirklich ein Ziel. Also für mich persönlich ist es ein Ziel, ich weiß nicht, ob es für die Kanak-Film ein Ziel ist, aber für mich persönlich ist es ein Ziel, eine Serie zu machen. Ja. Ganz klar. Und wenn da jetzt Funktionäre dabei sind, gerne her damit. Ja. Ich glaube, unsere Zeit hier ist schon um. Falls diese Funktionäre zuhören, meldet euch bei Jeda Turkmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal live face to face in Berlin oder Köln. Ich hoffe auch. Findet der Karneval eigentlich jetzt statt oder nicht? Jein. Also es finden so kleine Veranstaltungen statt, aber nicht, wie man es gewohnt ist. Also normalerweise, ich weiß nicht, wie viel Uhr haben wir? 10 Uhr 21. Normalerweise werden jetzt hier unten, glaube ich, auf der Straße schon Leute mit Narrenkappe und 20 Bier im Kopf. Momentan ist hier niemand. Also, nee. Köln ist sehr ruhig, aber vielleicht ändert sich das ja nächstes Jahr. Ich hoffe. Ich hoffe sehr. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und hoffentlich bis bald. Dankeschön. Ich dir auch. Bis bald. Das war's. Das war Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wenn ihr ab jetzt immer dabei sein wollt, Versprochen gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst uns gern ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle kommenden Gäste und natürlich auf euch. Bis bald.